Über die Auslaufbereibung des Kull-X-Spray und empfangenen Befestigungsschreif von FUNCH-Spray. Anfangen Sie mit der Kompos-Modaten. Verwenden Sie einen Drehmomentschlüssel. Verwenden Sie einen Drehmomentschlüssel. 1. Schrauben Sie die Befestigungselemente der Ratschlüssel. 2. Schrauben Sie die Befestigungselemente der Ratschlüssel. 27. Verwenden Sieination ab 40 Nm Drehmomentschlüssel Nr. H 10. 6. Schrauben Sie die Kirche an und mit dem Federn er sichern. 7. Schrauben Sie die Zähne an. 8. Verwenden Sie Stecknuss Nr. 17. 10. Entfernen Sie die Stoßbefestigung und die Befestigungselemente. 11. Schrauben Sie die Befestigungselemente der Stoßbefestigungselemente. Und zwar die Befestigungselemente der Stoßbefestigungselemente der Stoßbefestigung. 12. Verst du den Befestigungselementen der Stoßbefestigungselemente. 13. Verwenden Sie einen Ratschenschlüssel. 14. Schrauben Sie die Schraubbeinigung der Befestigungsschrauben. 15. Schrauben Sie die Schraubbeinigung. 4. Schrauben Sie die Bremsschein fest. 5. Schrauben Sie die Bremsschein fest. 6. Schrauben Sie die Bremsschein fest. Verwenden Sie WD-40-Spray. 7. Schrauben Sie die Bremsschein fest. 4. Schrauben Sie die Windeㅋㅋㅋ an. 5. Entfernen Sie Stützer und HMD-Hitare. Verwenden Sie Stecknuss Nr. 20. Verwenden Sie Stecknuss Nr. 19. Benutzen Sie einen klassenden WD-40-Spray. AUTODOC empfiehlt, dass Sie das Drehmomentschlüssel bei Drehmoment anstehen. 5. Entfernen Sie das Bremsschraub? 6. Am Hacken Sie den Entfernung des Bremsschraube. 7. Entfernen Sie einen Drehmomentschlüssel. 8. Schrauben Sie das Bremsschraube an. AUTODOC empfiehlt, dass Sie die Federbein die Lehmomentschlüssel verleichteten. Verwenden Sie einen Drehmomentschlüssel. 15. Verwenden Sie einen Drehmomentschlüssel. 17. Behandeln Sie die Federbeinbeizungen und den Befestigungselement auch. 18. Behandeln Sie die Federbeinbeizung. 19. Ziehen Sie die Federbeinbefüllung. 20. Drauf die Federbeinbeizung. AUTODOC empfiehlt, dass Sie die Kabelkabel aus der Kabel verbunden sind. Verwenden Sie Stecknuss Nr. 13. Entfernen Sie das Öl. Verwenden Sie Stecknuss Nr. 18. Entfernen Sie das Schraubendreherrn. Verwenden Sie Stecknuss Nr. 19. Verwenden Sie Stecknuss Nr. 18. 3. Schrauben Sie die Filterbordnummer. Verwenden Sie ein Gerätseln an. Vistere WD-40-Spray. 15. Ziehen Sie eine Schlagnuss des expense 19. Befestigen Sie den Kirchen. Verwenden Sie einen Rundfuss. 20. Stützen Sie den St Regard. Verwenden Sie einen Rundfuss. Verwenden Sie einen Rundfuss. 21. Schrauben Sie die Kabel nicht auf der Schrauben fest. Bis zum nächsten Mal.